Dann gibt es hier mal eine Runde Freispiele, 1€ Einsatz, Krabbelkäfer, Krabbelkäfer, 2€, na Wahnsinn! Schwache Leistung! So, wir drehen mal heute hier eine Runde. Los geht's! Hm, da muss ja nichts sein. Ja, von von! Ach, hör doch auf! Wieder kaputt. Dann gehen wir auf 2! Ah, das macht er ja ziemlich oft hier heute! Schweinerei! 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 Na! Junge, Junge, so viel Grünzeug hier, braucht kein Mensch. Alter, jetzt doch nicht. Hat er uns ja wieder richtig ausgesogen hier. Schweinerei. Einmal nix, würde ich sagen. Es sei denn, der fälft jetzt hoch auf 300. Natürlich nicht. Schade. Und heute mal wieder eine Runde Lucky Pharao. Los geht's. Die Lücke hätte es ja noch schließen können. Das wäre gut gekommen. Immer noch zwei. Na, wirst du wohl. Versenkt. Schade, schade. 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 einer hoch kaputt na geil dann haben wir doch tatsächlich schon wieder geschafft und heute gibt es mal wieder eine runde chip runner ja 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 du musst ja langsam mal zucken ja so ein schweinskram das war ja eine kurze nummer hier doch wie im richtigen leben einmal nix so heute eine runde von chance los geht's heute wollen wir mal ein vollbild sehen so 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 sofort weg schon ewig kein vollbild mehr hingekriegt hier und wieder eine so so nur nieten da verflext so jetzt wird es aber Zeit für was volles hier na muss doch wohl mal möglich sein dann hat man eh mal der waterway frutziger dazu so kennen wir doch alles schon immer noch rot dann wechselt er garantiert auf schwarz so so ach das war so klar so 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 hat er uns doch tatsächlich abgezogen hier schweinerei aber wir bleiben dran und was muss das klappen dann schauen wir mal was bei Multivald los ist 2 Euro los geht's dann schauen wir die weg das war vernünftig hier ja ein bisschen was wilde guckt schon was wilde daneben cool Da sind ja mal Zeiten, da lief es jetzt schon ein bisschen besser. Da sind ja mal Zeiten, da lief es jetzt schon ein bisschen besser. Da gibt es noch was oder macht das schon feuer Abend? Mann, 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 das ist ohne mehr, das tut mal wahr. Ja, furchtbar. So, wir schauen mal auf ein paar Bücher bekommen hier. Das ist im Idealfall noch mit einer Verlängerung. Okay. 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 Jetzt ja die Kohle weg wie durch ein Abflussrohr. So, los jetzt. Buch. 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 Jawoll. Jawoll. So, dann zeig mal. Wollen wir mal ein Vollbild sehen, du. Die Kappe sagt voll. Vier. Untertitelung. eine chance haben wir noch kein vollbild 111 euro neuer besser wie nischt wunder die prima und wir werden mal heute hier noch ein paar drehungen machen mal schauen ob wir noch zwei elefanten kriegen hier schade da ja ruhig machen können oh das hau mal zwei hier rinja Was ist das? Tja, Typ Sonny, der letzten Scheiterts immer. Da sind sie. Was? Nur voll machen. Oh, Alter, komm! Oh, das sieht gut aus. Ah, nicht ganz. 166. Oh ja, immerhin, ne? Guck an, guck an. Gar nicht mal so übel. So, schauen wir mal eine Runde weiter. Ja. Ja.